Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, Theresa. Ich zeige euch heute zum Anfang eine kleine Gebärde, die man benutzen kann, wenn einem das Wort nicht einfällt. Und danach erzähle ich euch noch einen kleinen Abzählreim. Also, die Gebärde ist heute, die Kuh gibt Milch. Die Kuh gibt Milch. Klappt das bei euch zu Hause auch? Gut merken! Und zwar, das kennt ihr bestimmt schon aus der Kita. Wir brauchen alle fünf Finger für unser Abzählreim oder für unser Fingerspiel. Der ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie alle auf und der bringt sie alle nach Haus und der isst sie alle auf. Kennt ihr das? Probiert das zu Hause aus. Bis morgen. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017